Hallo zusammen, hier ist Björn. Ich befinde mich auf dem Hammer Gym 2. Im Außenstehenden von PIN TV. Gleich beginnt die Deutschland-Primäre von noch einem Video. Aber vorher habt ihr einen kleinen Vorurschlag auf Incident 4 Mask. Also jetzt in dem Trailer werdet ihr auch ein paar Clips sehen. Aber auf der fertigen DVD werden sich Profiles von Chris Weber, Patrick Grinner, Alex Ulof vorfilmen. Gefilmt wird europaweit. Hier in Deutschland sind Markholz, Sebel Werner und ich. Wobei meine Aufgabe ist, einen Großteil von Ruhrpott zu filmen. Obwohl ich mit Andreas Gage Wagenblas unterwegs bin. Oh, viel Spaß. Ent beide. Oh Mensch. Deministe... Deministe, dein Liege! Oh, wie weit ich���igiendinge? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.